Willkommen zu einem faszinierenden Einblick in die Tierwelt. Heute zeigen wir dir die erstaunliche Fähigkeit einiger Tiere, verlorene Körperteile zu regenerieren. Axolotl Axolotl kann nicht nur seine Gliedmaßen, sondern auch Teile seines Herzens, seiner Wirbelsäule und sogar seines Gehirns regenerieren. Seestern Nicht weniger beeindruckend ist der Seestern. Wenn er einen Arm verliert, kann er ihn einfach wieder nachwachsen lassen. Geckos Sie können ihre Schwänze abwerfen und in kürzester Zeit einen neuen wachsen lassen. Krabben Selbst einige Krabbenarten können verlorene Beine regenerieren, was ihnen hilft, in ihrer rauen Umgebung zu überleben. Salamander Die Regenerationsfähigkeit des Salamanders ist einfach unglaublich. Sie können ihre Schwänze, Gliedmaßen und sogar Teile ihres Rückenmarks regenerieren. Vergiss nicht, Tiere Explore zu folgen, um mehr über die faszinierende Tierwelt zu erfahren. Und klar ist es, wir können die Uhgabe wissen, dass beide nur 3-4-4-3-4-5-4-4-5-1-2-4-5-4-4-4-4-4-3-1-4-4-6-4-6-3-1-4-6-4-6. Untertitelung des ZDF, 2020